Eine ganze Dreiviertel-Ringrunde haben wir schon hinter uns. Es sind Tausende, Zehntausende Menschen hier. Ich bin gespannt, was die Medien berichten werden. Wir haben unsere Transparente gezeigt. Keine-impflicht.at Es gibt viele Leute, die hier wirklich alle an derselben Sache kämpfen. Es ist jetzt super. Wien demonstriert, Wien kann es. Und der Herr Bürgermeister sollte nicht mal kapieren, dass seine Maßnahmen ziemlich daneben sind. Weil der ganze Bund in Wahrheit schon langsam eröffnet. Wien sollte auch öfter, weil sonst haben die Gastronomen viel weniger geschäft. Und hier seht ihr, wieviel Leute gegen die Geschichte uns dagegen demonstriert. Zehntausende von Menschen. Schönes Sonntag.